Musik So, mal kurz Hauge hat kurz gejuckt Kamerad Hallo Ja, glaube schon Was ist wichtiger als zielfalscher Profit? Du musst mir vertrauen, Mason Wirklich Das war nicht so gut Ich habe zwar Befehle angezweifelt, aber niemals die Motive Du kümmerst dich um deine Einheit Du bringst die Jungs sicher nach Hause Wo ist es, Rick? So ist es einfach nicht Die Befehlskenntnis am Arsch Ich bin ein Soldat Ich kriege Befehle und erledige den Rennen Alter Oh oh Das Grand Final Niemand darf verfahren, dass ich ihn verraten habe Ihn? Hatzen, wer ist Ziel Nexus? Hatzen! Er ist es, Wals Ziel Nexus ist Raul Menendez Hättest es uns sagen müssen, Hatzen Du hättest es uns sagen müssen Wir sind bereit Bringt ihn raus Ich bin nicht zu sicher Wir bringen den Hurensohn raus Sichtkontakt bestätigt Er hat sogar Leute bei der CIA Beende es jetzt, Wals Blas ihm die Rübe weg Erster vorbeirschießen, geil Was glattst du so überheblich? Was zum Teufel ist da los? Was ist denn hier los? Frank, was hast du gemacht? Frank, was hast du gemacht? Jason! Oh, shit Oh, shit Menendez Jetzt wissen wir, warum er brauchst du das Dein Freund Alex Mason ist Tod Durch deine Hand Verstehst du, warum? Er wollte David töten Weil du leiden musst, wie ich gelitten habe Einer stirbt noch Du? Woods? Oder David? Entscheide dich Oder ihr sterbt alle Woods Ich kann nicht Ich habe zwei Kinder Sie Leck Bist Bist To us To us Wod Was os Ja, Frank war ja der, der die Granate geworfen hat. Eines Tages wirst du diesen Anhänger wiedersehen und du wirst dich erinnern an alles, was du heute erlebt hast. Du wirst dich an all die Jahre erinnern, voll Wut und Schmerzen. Und wenn du das tust, bitte komm zu mir. Dad! Nein! Dad! Okay. Soviel dazu. Leider mit mir. Somit haben wir auch den nächsten Kapitel geschafft und somit geht's erstmal weiter für euch. Ja, komisch, aber wahr. Es geht weiter. Drücken wir mal weiter. Mal gucken, was wir machen. Fight! Die Skorpien. Jawohl. Haben Sie es geschafft? Bin drin. Verdammt gut, Kleiner. Sie verstehen es nicht. Kurz vor meinem Abgang bei Tacitus habe ich einen Zelerium-Wurmer stellt, der alles entschlüsseln konnte. Quantenscheiß hält mehr aus. Selbst von mir. Mein Ende ist Netzwerk. Alle Länder leiden unter dem neuen Kalten Krieg. Moment. New York? DC, das Pentagon? Shanghai, Peking, Hongkong. Nenndes. Greift Amerika und China an. So sollen beide Supermächte gleichzeitig fallen. Die Daten haben alle das gleiche Präfix. 619. 619. Oh mein Gott. 19. Juni, das ist... Das ist morgen. 19. Juni. Freiheitstag. Die Abschaffung der Sklaverei. Wir erinnern uns am... Am Brugfang. Admiral, der Angriff ist am 19.06. Morgen. Wir müssen sofort in den Jemen. Nein, Sie müssen dorthin und Menendez zur Befragung internieren. Das ist eine Falle. Sie kontaktieren Farid und die jemenitische Miliz. Wir brauchen Hilfe. Admiral, das ist eine Falle. Menendez hat uns die ganze Zeit getäuscht. Wenn wir in den Jemen gehen, ist das genau, was er will. Bereiten Sie Ihr Team vor. Sie haben zwei Stunden. Okay. Krasser Shit. Was kommt jetzt noch? Interner Comlink hergestellt. Verstanden, Harper. Jemen. Unser Blue Force Tracker funktioniert nicht. Einstufung als Freund nicht möglich. Also egal, was passiert. Wenn die Kugeln fliegen, niemals die Tarnung aufgeben. Einfach cool bleiben. Wir schaffen das gemeinsam. Wir sind fast fertig. Wir sind bereit. Ja. Die Amerikaner kommen, Farid. Es ist ein Verräter in unserer Mitte. Aber wie? Wer? Das ist egal. Ich bin ihm einen Schritt voraus. Grüß Gott miteinander. Alle rechts halten. Der Führer kommt. Komm, Farid. Es ist Zeit. Komm, Farid. Komm, Farid. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Wir sammeln uns bei den Zitadellen. Okay. Warum haben wir den nächsten nicht abgeknallt? Moment, Moment. Okay. Okay. Etwas viele Leute. Ja, genau. Genau. Genau, 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 genau. Ja, ja, ja. Ich bin hinter Deckung, aber ihr kriegt mich trotzdem. ich geh mal hier oben lang das war auch nicht geplant und so entstand die map jemen leute die hat viel zu wenig money leider so weiter geht's jetzt haben wir hier munition ich will nicht wieder drauf gehen da geht es nicht weiter es ist hier weitergehen das sind kollegern könnte nicht so eine schwuchtel drohne ausschalten dieser markierer ist schon nice wohin baller die hier einfach mal durchrennen was ist der schnellste weg aus der stadt heraus das westhof führt seine bergfahrt in den außenbezirken achi dorthin wir treffen uns wenn unsere mit heute im einsatzgebiet sind auf ups da war ja ein gegner man was das denn hier wie kam der denn jetzt schon wieder da rein steh ich nicht so natürlich das ist ja ein logo so der hat auch sowas anscheinlich krasser scheiß hätte ich nicht damit gerechnet das ist gut alles ja wer schießt denn hier ja ein mit dem machen so jetzt mal hier lang das ich komme gerade gar nicht klar ohne spaß der weiß doch dass wir sind aber amerikanisches blut an deinen händen natürlich menendez wir müssen dich in sicherheit bringen zu viele männer sind tot der sieg bemisst sich nicht in verlusten farid farid bist du noch da wir sind getroffen wir gehen runter er bemisst sich in erfolg verdammt das nicht jemand hat verraten dass ich hier bin wer weiß Du verschwindest deine Zeit, du verdammter Bastard! Von mir erfährst du einen Scheiß! Komm schon, mehr hast du nicht drauf! Farid! Töte ihn! Ja, das ist es! Los, töte mich! Und du, du rückgratlose Stück Scheiße! Andere, die Arbeit machen lassen! Was für ein Mann bist du, ha? Zeig deine Treue, indem du meine Befehle befolgst, Farid! Tu es, Penner! Mach deinen Job! Jetzt! Farid! Tu es, Mann! Komm schon! Hast du nicht die Eier, mich zu erschießen? War ja irgendwie klar. War klar. Du hast uns verraten, Farid! Und wofür, hä? Dein Leben bedeutet deinen Herren! Rein! Gar nicht! Papa? Papa, hörst du? Verdammt, da stimmt was nicht! Kraken, Linebacker 2. Angriff auf feindliche Truppen auf dem Weg zum abgeschossenen Vogel. Das Bild von der Absturzstelle auf meinen Hand übertragen! Schwerer Beschuss von den Geldschaden! Wir kennen das! Kürchen, wir haben wir dann missgesichtet! Leer an uns für Zuse! Null! Nein, bleibt doch da oben! Menendez, diese Hurenzone will zur Zitadelle! Abtransport arrangieren! Harper muss zurück zu Obama! Zuban! Salazar auf Primärsat! Mehrere Eagles abgeschossen! Fordere Sofort-Extraktion bei Landezone Sparrow an! Kraken! Brauchen den Downlink-Code zur Kontrolle der Drohnen, um Menendez gefangen nehmen zu können! Codes werden auf ihre Anzeigen gesehen. Drohnen auf Heustziel eingestellt. Drohnen-Zielkontrolle! Manuelle Steuerung aktiviert! Abflugssysteme aktiviert! Die Straße ist eine Todeszone! Aufteil! Nach oben! Ich frag mich immer noch, warum ich so auf die Fresse bekomme. Ach, Gutschein, Leute. Ich bin froh, wenn es jetzt endlich vorbei ist. Ich hab keinen Bock, ja. Landfunksysteme aktiviert! Aufteilen! Los! Nach oben! Du nach links! Ich geh nach rechts! Hä?! Hä?! Wir glauben, dass Menendez zur Zitadelle will! Alle verfügbaren Einheiten zu dieser Position! Konkale Position zum Abfangen einnehmen! Lass mich! Boah, Junge! Ah, du fernst ein bisschen. Sir, feindliche Truppen haben eine Verteidigung rund um die Zitadelle errichtet. Wie ich dann nicht sprinten kann, ne? Oh Jock. Oh Jock. Wir werden von der Minigun stark beschossen. Im Auge behalten, aber nicht angreifen. Wir brauchen ihn lebendig. Wacht, ich doch da oben ab. Ich hasse solche Maps. Wenn man dieses scheiß Dach immer da rumgammelt. Das kann ich abbauen. Das kann ich abbauen. Zukunft gegen alte Technik. Das war der Salazar. Gut, Sebi nochmal konzentrieren bitte. Pass auf, Granate. Einfach mal zurückschmeißen. So ist richtig. Immerhin gibt es hier nicht so Spacken, die hier so ein Scheiß Teil aufgestellt haben. Wir geben den Quad-Drohnen neue Angriffsbefehle. Ohne die Drohnen haben wir keine Unterstützung beim Vorstoß. Sie werden sich abseilen und an der Brücke dazustoßen. Verstanden. Section Ende. Also warum? Aber woher haben die diese Scheiß Teile? Ich würde gerne mal wissen. Ah, ich habe keine Drohnen. Die werden auf uns gerichtet. Das ist aber nicht nett. Boah, toll. Weißt du, jetzt wo ich genau runterspringe, bin ich hart getroffen. Und dann natürlich vom Fallschaden noch. Ja. Ja. Tut mir leid. Also, dafür kann ich ja nichts. Was? Ja. Padabadu. Genau. Haut noch einer rein. Eine nach der anderen. Ich hätte gerne jetzt ein Scharfschützengewehr ohne Spaß. Mann! Feindämmungsteam zeigt sich ab. Langt doch jetzt auch nicht. Oder? Wollen wir noch nicht staunen. So. Das wäre so schön gewesen. Schön aufs Dach. Junge. Kannst du das mal sein lassen? Was haben wir denn eigentlich hier? Das ist besser. Ah, guck. So. Jetzt stören wir langsam vor. Ich hätte ganz gern trotzdem die Waffe, Kollege. Alles klar. Sobald sie Menendez haben, greifen wir in uns. Wie toll um Singeln. Auf Start wenn wir warten. Das heißt, einmal treffen sie, dann beim anderen Mal treffen sie nicht. Irgendwie komisch. So. Der ist nicht da, wa? Doch. Sichert ihn! Danke, David. Streben wir eine neue Welt an. Untercover. Was hat das jetzt zu heißen? Ja. Ja. Ja.